Brüder und Schwestern in Christus, ihr wisst alle, was geschehen ist. Das weiß jeder, was wir zu Ostern feiern, die Auferstehung Jesu, dass er den Tod besiegt hat, dass er als Erster von den Toten auferstanden ist. Das haben uns viele in unserem Leben erzählt, versucht zu vermitteln, weder im Religionsunterricht oder in der Kirche selbst. Und doch möchte ich dir heute eine Frage stellen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Es geht jetzt nicht darum, dass du dir das vorstellen kannst. Das muss nicht sein. Man muss nicht wissen, wie. Die Frage ist, ob du glaubst. Wie soll man eine Antwort auf diese Frage geben? Das ist nicht so einfach. Weil ja, Gott vertrauen, das ist eine schöne Sache. Aber das ist auch nicht immer möglich. Manchmal können wir Gott nicht vertrauen in unserem Leben, wenn uns das, was um uns herum manchmal ist, der Tod selbst, ein bisschen berührt. Also geht es nicht um ein Vertrauen. Es geht vielmehr um das, was wir heute in der Nacht gefeiert haben, um die Entscheidung, die jeder von uns treffen sollte, zu der jeder von uns eingeladen ist. Diese Entscheidung, die die Frauen getroffen haben, die zu Grab gegangen sind, sie wussten nicht, wohin sie gehen eigentlich. Sie haben sich vorgestellt, sie gehen hin zum Grab. Da werden sie den Stein wegnehmen und den Leichnam noch einmal salben. Das ist eine jüdische Tradition gewesen. Das ist nicht weiter wichtig für uns heute. So hat für sie die Nachfolge ausgeschaut. Also eine ziemlich trostlose Angelegenheit, dass man hingeht, einen Toten zu salben. Aber sie haben gesagt, ich glaube, ich stehe zu dir, Jesus, auch wenn du schon tot bist. Ich gehe mit dir diesen Weg. Und sie sind gegangen. Und was sie getroffen haben, angetroffen haben, hat ihr Leben grundlegend verändert. Ja, da gibt es noch diesen Zwischenlauf nach Hause, als sie bemerkt haben, das Grab ist leer. Dann dieser kleine Wettkampf zwischen Petrus und Johannes, wie man dem Evangelium entnehmen kann, war Johannes ein bisschen fitter. Kein Wunder, der hat ja auch dieses Evangelium geschrieben. Der war sicher auch ein bisschen parteiisch. Kann man sich vorstellen. Und die laufen wieder nach Hause. Die Frauen bleiben, weil sie sich entschieden haben, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Egal, auch wenn er nicht da ist. Sie bleiben bei diesem Grab, wo er war, weil sie haben keine Ahnung mehr, was sie tun sollen. So kann auch deine Nachfolge aussehen. So kann auch dein Glauben aussehen. Dass du keine Ahnung hast, was du tun sollst. Das wird sehr vielen Christinnen und Christen zuteil, besonders heute. Aber dann begegnen sie Jesus. Und auch dann verstehen sie nicht, wer das ist. Anscheinend hat sich Jesus nach seiner Auferstehung irgendwie so verändert, dass er nicht mehr zu erkennen war. Und dann sehen sie ihn und meinen, es ist der Gärtner, reden da mit ihm, wo der Leichnam ist. Und erst als Jesus eine der Frauen beim Namen ruft, erkennen sie ihn. Also sie, eine erkennt ihn und die andere sicher auch. Erst dann wird sie stützig. Woher soll dieser Gärtner dann ihren Namen kennen? Und erst dann sieht sie, was Sache ist. Das ist ein Weg, den jeder von uns gehen kann. Und das ist viel einfacher, als wir uns das vorstellen. Deswegen habe ich euch am Anfang diese Frage gestellt. Glaubst du das? Und in der Bibel, wenn man von Glauben spricht, das habe ich schon hier viele Male gesagt, ist es nicht das Vertrauen auf Gott oder irgendetwas, sondern etwas zu glauben, heißt etwas zu tun. Und was sollen wir dann tun, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen? Ganz einfach. Das, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht, das Brot brechen, den Segen über den Wein sprechen. Und das war es. Ziemlich unspektakulär. Und du weißt vielleicht nicht, was das soll. Aber das ist wesentlich für uns alle. Weil, auch wenn Jesus in dein Leben eintritt, mit aller Gewalt, viel wird sich nicht ändern. Es bleibt unspektakulär. Du wirst weiter kochen müssen, du wirst weiter zur Arbeit gehen müssen, du wirst weiterhin zur Schule gehen müssen oder sonst etwas, was du jetzt tust. Das wird sich sicher nicht ändern. Außer du entscheidest dich, ich schmeiße alles hin, gehe in die Mission. Kann sein. Ist auch möglich. Aber, wenn du zu ihm kommst und in der Eucharistie ihm begegnest, wenn du hier sitzt, ruft er dich beim Namen. Und manchmal muss er tausendmal nach dir rufen. In dieser Eucharistie bist du, wie Maria, verstehst, dass er es ist, der dich ruft. Ich kann es auch nicht immer glauben. Ich verstehe es auch sehr oft nicht, was mit mir geschieht, wo mich Jesus hinschickt, was er mit mir tut. Ich muss es nicht verstehen, auch wenn ich es gerne täte. Ich glaube, Ewigkeit ist lange genug, damit mir Gott das erklären kann, warum und wieso. Also mache ich mir nicht die Mühe, ihn zu verstehen. Aber dieses Brechen des Brotes und Trinken aus dem Kelch, das ist etwas, was uns immer wieder stutzig machen sollte. Warum? Aus dem einen einfachen Grund. Weil wir tun das, was Jesus getan hat. Und so soll dein Glaube aussehen. Du sollst das tun, was Jesus getan hat. Das ist Nachfolge, nichts anderes. Das ist ganz einfach. Das habe ich schon in der Osternacht heute gesagt. Ihm zu glauben, ihm nachzufolgen, heißt das zu tun, was er getan hat. Und da wird es brenzlig. Da wird wirklich die Sache kompliziert. Weil kannst du den Armen was von deinem Vermögen abgeben? Würdest du das tun? Würdest du dich Kranken annehmen? Würdest du Flüchtlinge aufnehmen in deiner Familie? Würdest du das tun? Wenn nicht, keine Angst. Das liegt alles vor dir. Und es ist möglich, auch hier in St. Pelten. Ich kenne persönlich eine Familie, die haben, glaube ich, vier oder fünf Kinder selbst. Also, es ist schon genug. Und die haben sich bewusst entschieden, eine Familie aus dem Iran aufzunehmen, auch mit kleinen Kindern. Die wohnen bei ihnen jetzt. Es ist eng, es ist unangenehm, es ist laut, es kostet viel Geld. Aber es ist möglich, hier in St. Pelten. Vielleicht bist du dazu nicht berufen. Aber du bist dazu berufen, zu glauben, also das zu tun, was Jesus getan hat. Und wenn du keine Ahnung hast, wovon ich spreche, nimm die Bibel in die Hand. Matthäus, Evangelium, fünftes Kapitel. Damit kannst du anfangen. und weiterlesen, weiterlesen. Dann wirst du ganz genau verstehen, was du zu tun hast. Und eigentlich sollte jeder von uns da anfangen, wo man ist, bevor man rausgeht und wirklich glaubt. fange zuerst mit den Beziehungen an, die du hast. Zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Familien, zu deinen Freunden. Schau genau hin, was da los ist. Du wirst genau sehen, wo es besser werden könnte. Schau dir heute vielleicht eine deiner Beziehungen genau an. Jemanden, den du wirklich gerne hast und liebst. Und sehe hin, wie oft du diesen Menschen vielleicht enttäuscht, verletzt hast, wie oft er das oder sie mit dir gemacht hat. Was es für eure Beziehung bedeutet. Und sag Jesus, in diesem Moment, wenn du das siehst, Jesus, verwandle das so, wie du dieses Brot und diesen Wein auf dem Altar verwandelst. Verwandle mich, damit ich sehe, wo ich das anpacken kann. Und dann wirst du erleben, was die Auferstehung ist. Das ist nichts Abstraktes, das ist sehr konkret. Das ist auch anstrengend, das haben die bemerkt. die in der Osternacht dabei waren. Es war ewig lange bei uns. Manche haben sich schon beschwert. Ich habe gesagt, wenn es euch zu lange ist, geht nächstes Jahr woanders. Ihr müsst dann nicht jammern und seid zufrieden. Und seid zufrieden. Das ist so einfach. Man muss Entscheidungen treffen im eigenen Leben, damit man Jesus nachfolgen kann. Bitte darum, dass Jesus in deine Beziehungen tritt. Lade ihn da ein. Und du wirst sehen, was du tun sollst. Du wirst in dir die Kraft finden, das zu tun. Und es wird alles besser werden. Glaub mir. Ich mache mir ab und zu die Mühe, meine Beziehungen zu überprüfen. Nicht zu oft, weil das ist anstrengend. Das gebe ich zu. Da bin ich noch sehr schwach in der Nachfolge. Aber ich versuche es immer wieder. Und ich habe es schon etliche Male erlebt. Da, wo ich Jesus eingeladen habe, bewusst ihm gesagt habe, schau, so sieht es aus und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Geh mit mir den Weg. Geh mit mir den Weg. An meine Seite. Und dann sehe ich, was ich zu tun habe. Dann verstehe ich, wo ich gefehlt habe, wo die andere Person gefehlt hat. Und es wird alles neu. Ich werde zu einem besseren Menschen. Du wirst zu einem besseren Menschen. Weil du voll Achtung vor dem Anderen bist. Weil du mit ihm den Weg gemeinsam gehst. Nicht neben ihm, sondern wirklich gemeinsam. Fängt da an. Fängt da an. Das ist das Einfachste. Auch wenn es dann, wenn man es tut, sehr, sehr kompliziert wird. Aber da kann man am einfachsten anfangen. Und vielleicht wirst du dann irgendwann an einem Punkt sein, wo du sagst, das reicht mir nicht aus. Das reicht mir nicht aus. Ich muss hinausgehen. Und die Armen, hungrigen, Sättigen, mich für die einsetzen, die keine Stimme haben. Und so weiter und so fort. Das Christentum ist manchmal anstrengend. Aber ich will euch nicht die Freude wegnehmen, die den heutigen Tag prägen soll. Schaut euch wirklich heute eine Beziehung, die euch Freude macht. Schaut sie an und lädt Jesus dazu ein, dass er da eintritt und ihr werdet Wunder erleben. Mindestens so große, wie es die zwei Frauen erlebt haben. Auch wenn sie es nicht glauben konnten, hat Jesus alles in ihrem Leben verändert. Das, was später passiert ist, ist der beste Beweis dafür. Das ist der beste Beweis dafür.